Hallo, hier ist Gudrun von StempElfe. Ich möchte euch heute über die Sonderaktion Designerpapier von Stamping Up informieren. Vom 1. bis 31. Oktober sind ausgewählte Designerpapiere um 15 Prozent reduziert. Die Designerpapiere blende ich euch gleich ein und falls ihr bei mir bestellen wollt, könnt ihr mir eine E-Mail schicken an stempelfe.gmail.com oder bestellt in meinem Online-Shop. Das geht auch per Paypal oder Kreditkarte. Falls ihr mir eine E-Mail schickt, dann nehmt ihr an meiner Sammelbestellung teil und ab 60 Euro auch versandkostenfrei. So, ich blende euch die Designerpapiere jetzt ein und dann bis bald. Tschüss! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Together we are happy to be, making lasting impressions. We're stepping up! Keep our families close, keep our traditions strong. Share what we love, love what we do, making lasting impressions all year long. Stepping up! I never thought that I would be the artist in the family. But stamps and ink make easy art. I found a way to share my heart. There's a friend who needs some cheer, we've known each other all these years. I'll show her how much I care. Cause with my heart I'm always there. Stepping up!